Das ist der 18 Volt Akkubohrhammer GBH 18 VLE Professional. Er ist der ideale Bohrhammer für alle gängigen Bohrdurchmesser von 6, 8 und 10 Millimeter, der bei Bedarf auch etwas mehr leisten kann. Denn bei einem Gewicht von nur 2,6 Kilogramm und einer Einzelschlagenergie von 1,7 Joule bietet der GBH 18 VLE Professional das beste Leistungsgewichtsverhältnis seiner Klasse. Dank des pneumatischen Hammerschlagwerks und seines effizienten Bosch EC-Motors können Sie bis zu 115 Löcher mit nur einer Akkuladung bohren. Durch die kurze und kompakte Bauform bietet der Hammer eine optimale Balance und sorgt so für perfektes Handling. Selbst einen Fall aus bis zu 2 Metern Höhe über steht er voll funktionsfähig. Überzeugen Sie sich von der unübertroffenen Leistung und dem geringen Gewicht des Akkubohrhammers GBH 18 VLE Professional. Und jetzt neu in der praktischen und einzigartigen L-Box.